Okay, ich nehme Ton auf. Hast du auch das richtige Mikro ausgewählt? Äh, ja, müsste von letztem Mal noch eingestellt sein. Ja, ist das Richtige. Okay, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu Tobis Freunden. Mit mir ist hier mein bester Freund, Trauzeuge und Bruder, nicht-biologischer Bruder, der Abe. Hello. Schön, dass Bruder als letztes kam. Ja, alles in richtiger Reihenfolge. Und wir spielen Pokémon Gelb. Und das Intro hat schon wieder angestaltet. Ist doch super, lass, okay. Nee, wir wollen gleich loslegen. Wir machen eine Naselock mit diesem... Nutzlock. Neues Spiel natürlich. Neues Spiel. Und da ist er schon. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon. Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Essen. Und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ja, das ist easy. Glaube ich. Taubig. Glaube ich. Na, ich nehme hier... Ich nehme hier mal einen typischen... Weißt schon... Mein Gamer alter Ego. Taich. Taich. Du trainierst bestimmt nur Wasser Pokémon. Ich glaube, wenn du ganz runter gehst, kannst du auch kleinen Buchstaben machen. Wenn du willst. Außer du willst deinen Namen schreien. Die ganze Zeit. Ja. Ja, mein Name... Mein Name muss geschrieben werden. Ja. Taich. Okay. Richtig. Du hast gut geraten. Dein Name ist Taich. Äh, wo bin ich denn? Tschüss. Und dieser Kackbratze ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Hm. Wie war noch gleich sein Name? Ach, ich... Kennt meinen Namen, bevor er seine eigene Familie kennt. Ja, der ist natürlich... Das passt nicht. Xenron würde passen. Nein! Ach, Exilen! Exilen! Mach ich nicht Exilen. Es ist Exilen. Exilen! Nee, warte, warte. Dann machen wir einfach nur Ex. Das ist ja seine Kurzform, glaube ich. Ja, ja. Ja. Der Ex-Enkel. Mein Name. Stimmt, Ex! Ich hab ihn erbt. Es lag mir auf der Zunge, wahrscheinlich. Genau. Tatsächlich. Bist du Prophet? Taich! Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Tod. Ja. Und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh mein Gott, warum wirst du so klein? Plötzlich ist mein Kopf genauso groß wie mein Körper. Und jetzt sind wir in deinem... Ja, jetzt gehen wir erstmal Super Nintendo. Super Nintendo! Und jetzt spielst du bei Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Ja! Mutter! Jetzt geht's los. Ja. Willst du die Mutti sein? Hast du die Mutti? Richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von Ebenmann hat nach dir gefragt. Ja, dann werde ich ihn mal nicht warten lassen, ne? Komm rum! Wo ist der Kackbratz wieder? Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Cool. Ja, wir machen ja ne Naselock. Ey, klär doch mal die Zuschauer auf, was ne Naselock... Ne Nutzlocke. Heißt das wirklich Nutzlocke auf Deutsch? Nein. Warte! Geh nicht raus! Ich muss dir doch die Naselock-Regeln erklären! Das war knapp! Das war knapp! Fast hättest du die Regeln nicht gekannt. Wilde Pokémon leben in hohem Gras! Krass, da ist ja eins! Da ist eins! Auch noch so ein Viech! Die gibt's hier normalerweise, Gicht! Ein wildes Pikachu! Guck mal, ein Ball! Also er hat das so schnell gemacht, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ist gar nicht benutzerfreundlich. Ja, ja, ich erklär dir das gleich. Das war jetzt mein erster Encounter. Der gehört mir jetzt! Puh! Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir! Ja, das ist auch der erste Punkt der Regeln, der Nutzlocke-Regeln. Dein erster Encounter muss gefangen werden, sonst hast du keine Chance mehr, auf der Route was zu fangen. Mehr dazu gleich. Opa! Warte, 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 warte. Ich muss auch meinen Ex ein bisschen ansprechen. Opa! Ich will nicht länger warten! Ex! Du bist früher dran, du solltest doch erst später kommen. Naja, egal, warte einen Moment. Siegst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Teich! Das ist ein Pokéball. Der ist riesig. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir. Nimm es dir. Los! Ruhig! Halt, Opa! Und was ist mit mir? Aber einen Moment, Geholt, Kackpratze! Ich gebe dir später eins. Nicht so cool wie das, was Teichels bekommt. Aber mit viel mehr Potenzial. Ich werde ein besseres Pokémon als du erhalten. Das ist eigentlich auch total assi. Du bekommst einen Pikachu, das du nicht entwickeln darfst oder kannst. Und er bekommt ein Pokémon, das er in drei verschiedene entwickeln kann. Ja, gut, aber ich meine, er wird ja sonst von seinem Opa irgendwie vernachlässigt. Ja, von dem her. Genau. Also nach Naslock-Regeln gilt das jetzt quasi als der Alabaster-Fang. Alabaster, ja. Alabaster. Genau. Und zweiter Teil der Fang-Regel auch. Du musst dem Pokémon einen Namen geben. Genau. Nein, Teich, ich will dieses Pokémon. Weg, schnappt ihr das Pokémon? Krass. Ex, was soll das? Daran konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Bitte? Achso. Bitte, Opa. Ich möchte dieses Pokémon. Aber, hm. Okay, behalte es. Ich meine dieses Pokémon. Ja, es ist deines. Es ist deines. Passt doch. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Teich, komm zu mir herüber. Das mache ich automatisch. Teich, ich habe noch ein weiteres Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein Ungezinktes, weil ich gerade erst gefangen habe. Du warst dabei. Ach ja, stimmt. Du warst dabei. Möchtest du deinem Pikachu einen Namen geben? Ja. Yes. Und zwar... Oh, du hast es dir wahrscheinlich schon überlegt. Ja, meine Pikachu... Pikachus hießen immer Haven. Haven? Ja. Ich weiß nicht, warum. Haven, nice day. Genau. Und ich habe bisher bei keiner Nasenlauke jemals ein Pikachu bis zum Ende gebracht. Also, das Ding wird wahrscheinlich drauf gehen. Ja, wir wollen es sehen. Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Ja, das werden wir gleich sehen. Warte, Teich. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon. Ich fordere dich heraus. Und gehe in Cyclebar auf dich zu, damit es noch dramatischer wird. Da wir jetzt diesen coolen, epischen Kampf haben... Die nächste Regel der Naslok. Wenn dein Pokémon K.O. geht im Kampf oder auf der Route durch Gift oder sonst was, dann ist er es tot und du musst es freilassen. Genau. Ich sage extra freilassen, weil das Boxsystem hier ist nicht so, dass du mehrere Boxen hast und die halt trennen könntest, halt frisch gefangen und tot oder so, sondern das landet alles in einer Liste untereinander und irgendwann verlierst du den Überblick. Achso. Das ist auch mit den Items so, das heißt, du hast hier keine verschiedene Taschen wie Pokébälle, Tränke und so weiter. Das ist sowas von unübersichtlich hier. Ich glaube, der macht mich fertig. Ja. Zur nächsten Regel der Naslok. Die Naslok beginnt erst, wenn du deine ersten Pokébälle hast. Genau. Also Haven ist jetzt nicht tot. Despite der Regel. Genau, weil der Hintergrund, ich würde dann einfach nochmal von vorne anfangen und ihr müsstet euch die ganze Scheiße nochmal angucken. Und ich kann mich auch erinnern, dass das öfter passiert hier bei Pokémon Gelb, dass man den ersten Kampf hat verkackt, weil je nachdem, was Evoli macht, ne? Ja, und allein das, du musst jetzt auch erstmal ein, zwei Routen durchgehen, um dieses Scheiße-Eich-Paket zu bekommen und zurückzugeben und hast derweil auch keine Pokébälle. Genau. Wir sehen uns später. Genau. Das Schlimme daran ist, er redet aber noch. Wie bitte? Oh, jetzt habe ich einen Hupen gehört. Schau dir das an. Überall Blut. Warum musst du dir in meinem Labor kämpfen? Es ist seltsam. Aber dein Pikachu... Ich habe hier eine Posen, die nur einmal funktioniert. Das tröpfen wir jetzt auf den Haufen Blut und dann lebt es plötzlich wieder. Dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst daran, ob es dich mag. Hey, magst du mich? Ach du Scheiße. Es hasst mich. Nice. Bloß, weil du verloren hast. Scheiße, wie ich... Naja. Genau. Es gibt noch eine Regel in diesem Spiel und die heißt No Grinding. Genau. Was heißt das speziell? Ich gehe nicht mit Absicht, also ich gehe jetzt nicht hierher und mache sowas hier, damit ich absichtlich irgendwie XP farmen kann, sondern ich muss einfach... Ich kann einfach durch die Route durchgehen, aber ich gehe nicht irgendwo hin, um extra zu grinden. Und bin dann eventuell auch unterlevelt und so, damit das alles ein bisschen herausfordern dann wird. Etwas herausfordern, ja. Topsie. Aber das Ding kann ich jetzt killen, damit ich halt... Genau, das ist jetzt nicht dein offiziell erster Encounter, weil du halt hast noch keine Bälle. Meine Balls sind noch gedroppt. Ich glaube, der erste NPC auf der Route hatte eine Potion für dich. Also kannst du auf dem Rückweg abholen, aber... Genau. Jetzt gehe ich erstmal den hier, oder? Wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja. So, ich schaue mal, ob wir noch eine Regel haben, die wir übersehen haben. Also, erst dann Encounter auf Routen. Da zählen halt auch die Dungeons und auch die Städte dazu. Also in Gelb hat eine Eigenheit, dass du auch hier und da ein bestimmtes Pokémon geschenkt bekommst unter bestimmten Voraussetzungen. Und das passiert halt in Städten, was denn als Fang gilt. Auf der anderen Seite kannst du in der einen oder anderen Stadt auch angeln, beziehungsweise surfen und da kannst du halt auch in den Städten Pokémon finden. Nein, ich habe ja gedrückt. Ich möchte nichts über die Rauben Pokémon erfahren. So, hier muss ich rein, gell? Das glaube ich, das... Ja, genau, da fragst du eine Dispeckchen. Hey, kommst du aus Alabastia? Woher weißt du das? Professor Ice schickt dich? Oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket dann ab für ihn da? Ja, ich habe ja ein Paket. Joa, dann gehe ich mal zurück. Genau. Das mit dem Xbox-Controller-Stick zu spielen, ist gar nicht so einfach. Ich gehe jetzt aber absichtlich durch Gras, weil ich brauche die Sweet-Sweet-XP. Ach, was ich jetzt auch gerade sehe, was wir gesagt haben, in der Safari-Zone, jede Zone der Safari wird als Extra-Route betrachtet. Hatten wir das echt gesagt? Hatten wir gesagt. Steht im Stichpunkt hier so drin. Ah, du bist prillüst. Aber es darf nur ein Safari-Run gemacht werden. Wir müssen, dass in der Safari-Zone deine Schritte begrenzen. Wenn du es nicht schaffst, innerhalb dieser Schritte alle Zonen abzugehen, hast du Pech. Ja, das ist dann halt so. Das ist so. Dann haben wir noch die Regel HM Slaves. Wenn wir kein Pokémon haben, das... Das ist der Typ, der mir... Ich glaube. Ja, ja, ja. Du findest unseren Laden. Ein Werbegeschenk. Hier bitte. Siehste. Ich hatte recht. Oh, ich bin so smart. Du bist echt smart. Genau. HM Slaves. Wenn wir kein Pokémon haben, das ein HM kann... Also Surfer, Fliegen, whatever... Das uns in der Story weiterbringen würde, dann können wir auch ein Todes-Pokémon oder ein Rendo-Pokémon nutzen dafür, um halt die Story voranzubringen. Nicht zum Kämpfen, aber... Man muss dann quasi ein Slot im Team opfern für den... Genau. Für den HM Slum. Ganz genau. Ja, macht Sinn. So, oba. Hallo, Teich. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Ich hab vergessen, was es für ein Pokémon war. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Der Typ übergibt Professor Eich das Paket. Nice. Meine Pornos. Ah, auf diesen Spezial-Pokémon. Warte ich schon lange. Danke, Teich. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa. Ach, die Scheiß-Type wieder. Opa. Mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Weckt mich, weil ich manchmal beim Reden einschlafe. Ich bin halt alt. Seht ihr eine Erfindung von mir? Ein Buch! Das hab ich selbst erfunden. Er erfasst automatische Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Teich! Hex! Diese beiden sind für euch! Hey, Jell, dein Pokédex von Professor Eich. Und der bin ich! Also immer, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, dann bin ich Teichs Ape-Dex. Ja, ihr seht ihn wahrscheinlich in der oberen linken Bildschirmecke. Grins. Weiß nicht, ob wir das animieren oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn du nicht zu faul bist. Der Ape macht auch für diesen Kanal, ich drück jetzt den Text weiter, das hier hat eh keiner gesagt. Ja, ja, ja. Ähm, die, ähm, das Grafische, das ist zumindest einiges davon, also ein bisschen was machen wir auch selbst, aber die ganzen Bilder, das Logo, ist ja alles von Ape. Deswegen hat er auch das Privileg, hier der Erste zu sein, hier, der mit mir lässt. Nur deswegen. Privileg, ja. Eigentlich hasse ich ihn ja voll, ne? Weil er irgendwie eine Fülle spielt. Ja, total. Ja. Eigentlich bin ich sein Rivale. Du bist aber jetzt der Pokédex. So, ähm, ich darf's immer noch nicht fangen, weil ich noch immer noch keine Pokébälle habe. Genau. Geh in das Haus da rein. Äh? Zurück. Ja, okay. Weil du solltest dir von, von Ex-Schwester, ja, er hat eine Schwester, äh, da kannst du dir die Karte abholen. Ah. Aber erstmal muss ich hier das Taubsee mördern. Ja, erstmal ein paar Grillchicken machen. Grillchicken. Yes. Level up. Das wird mir gegen das Onyx von Rocko nix bringen, aber es macht nix. Ich mein, in meiner Gelb-Naslog hab ich mit nem Radfratz des Junk geschafft. Ja gut, wenn das den Hyperzahn kann. Ja, das hat es dann. Anboten-Gang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Tate, schau deine Karte. Danke, Schwelle. Benutze die Karte, um deinen Standort zu bestimmen. Eigentlich hätte ich, äh, hätte ich hier die Google Voice nehmen müssen. Jetzt rechts abbiegen. Ja. So, da... Da... Oh. Das ist jetzt kein Grind. Ich will nur gucken, ob da ein Item ist. Rattenfratz. Ja. Das gilt immer noch nicht als Erk... Äh, äh, ähm... Nein. Erkauter. Erst, wenn dir der verrückte Opa in Ertania das Pokémon-Catchen beibringt, dann... Kann ich nicht vorher schon Bälle kaufen? Äh, es kann sein, ja. Ja, ja, kann sein. Bin mir da nicht 100 Punkte, dass ich siehe. Da ist kein Item. Vielleicht da... Illegales Grinden entdeckt. Okay, 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 ich geh ja schon. Ja. Also, wenn Taich ein bisschen Fragen hat, was zum Beispiel das Pikachu demnächst lernen könnte, dann könnte er mich fragen und ich würde instant ihn sagen, weil ich das in meinem Gehirn hab, natürlich, was es lernt. Was lernst du denn als nächstes? Es ist jetzt Level 6, ne? Wir haben ja hier noch keine XP-Bar, also wissen wir noch nicht... Es hatte grad Routenschlag gelernt. Nächstes Level 8 Donnerwelle. Alles so ein nützloser Schein. Ha? Ja, manchmal... In Nuzlocke ist deiner Welle nicht so schlecht. Ja, manchmal. Man muss halt ein bisschen überlegen. So, der Typ will gegen mich kämpfen, ne? Den will ich mir aber aufheben. Das weiß ich nicht, ob der... Ich glaub, das war einer von diesen Bugcatchers. Also, vielleicht ist er auch Teenager Joe, Joey. Der, der die Shorts so geil findet? Ne, ne, der kommt erst vor Mondberg. Joey ist mit dem Top-Percentage-Radfratz. Ah, Top-Percentage. Ja. Okay. Ah, ja. Jetzt muss ich sowieso erstmal hier durchkommen. Irgendwie hat sich die Encounter-Rate ganz schön gesteigert. Könnte sein. Gesteigert? Ja, vorhin bin ich da... Wir sind in Generation 1, da war es immer so. Ja, aber ich bin doch vorhin durchgekommen, da hab ich einen Kampf gehabt. Ja, das stimmt. Vielleicht haben sie die runtergedreht dafür. So. So, du bist wieder in Wetter. Na, guck mal, ob du Pocke-Bälle fangen kannst. Äh, kaufen kannst. Aber ich würde wahrscheinlich den... Ich würde wahrscheinlich den alten trotzdem erstmal machen, damit wir das hinter uns haben. Ja. Hallo. So. Ich brauch erstmal 99 Bugcatchers. Na, so viel nicht. 10, glaub ich, reichen erstmal. Ja, aber 10 ist auch schon ganz schön. Safe. Ja, bitte. Und das... Tranks. Oh, hier wird ja auch nicht angezeigt, wie viel du noch schon hast. Eieiei. Und wahrscheinlich das. Ja, für den Retania Forest auf jeden Fall. Und das hier kann auch... Ja, aber das war vielleicht später. Das mache ich später. Paralyse wirst du wahrscheinlich... Begegnest du erst im Mondberg. Außer bei Trainerkämpfen. So, gibt's sonst noch was in der Stadt? Ja. Der lässt mich gar nicht vorbei. Mach... Ne. Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Wie ich sehe, besitzt du einen Pokédex. Hi. War das nicht eine Erfindung, die Eich gerade erst... Ja. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Duuut. So, hierzu... Ich habe kürzlich ein paar Infos entdeckt, die für uns sehr nützlich sind, bezüglich des Pokémon-Fan. Da das ein ziemlich verbuggtes Spiel ist, verhältnismäßig zu den neueren Spielen, also programmiertechnisch, ist die Kampfmechanik nicht sonderlich gut balanciert. Also jedes Pokémon hat einen Wert, zugeordnet, einen Fixwert, das quasi seine Fangschwierigkeit bestimmt. Und dieser kann eben manipuliert werden durch Status oder eben die Pokébölle. Und um es abzukürzen, der beste Status, den du ein Pokémon geben kannst, um es zu fangen, ist entweder Einfrieren oder Schlaf. Stimmt, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Genau. Und dann ist es das Beste, auch mit dem Superball zu fangen. Also dem Zweiten. Also gar nicht mit dem Hyperball. Gar nicht mit dem Hyperball. Weil, also erstmal, gut, wenn es nur Schlaf ist, dann ist Hyperball auch okay. Weil das ist dann eine 1 zu 5 Chance, dass es überhaupt klappt. Also das ist schon ziemlich hoch. Jeder fünfte Fang ist ein Fang dann, also jeder Wurf. Aber der Superball, der ist gut, weil die Bälle haben noch einen zusätzlichen Wert, wo deren Effektivität steigt. Nämlich der normale Pokéball und der Hyperball sind am effektivsten, wenn die Lebensanzeige vom zu fangenen Pokémon unter einem Drittel ist. Aber beim Superball ist es ein Halb. Okay. Das heißt, du brauchst das Pokémon, also du läufst da denn kein Risiko, dass du es aus Versehen killst. Du brauchst es bloß auf unter die Hälfte zu kloppen. Und dann machst du es, schläferst es ein, wirfst einen Superball und dann hast du relativ garantiert, dass du es fängst. So, das ist jetzt der erste Encounter im Ring. Oh ja. Also ich muss ihn... Ah, es wird sterben. Äh, level 4 vielleicht nicht. Die haben... Du kannst direkt werfen. Mach erstmal einen Werfer, weil die haben die geringste Catch-Rate. Okay. Also die beste. Oh, nice. Ein Taubsen. So, Pokédex. Deine Stunde. Meine Stunde? Ja. Also ich nenn meine Taubsis immer Hawkington, aber das wird hier nicht passen. Nein, du musst dir vorlesen. Guck doch mal, was da steht. Ach so. Ach so, ich dachte, du willst, dass ich es benenne. Nee. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückschlagen. Möchtest du dem Taubsi ein Spitznam geben? Jawoll. Route 1. Taubsen heißt... Ach, Titus. Titus. So, und jetzt glaube ich, dass der hier im Trainer ist. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So, kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Ach, du kennst gar nicht. Na gut. Kein Encounter. Ja, dann war's das jetzt auch schon. Ähm, jetzt muss ich weitergehen, ne? Ich glaub, in der Stadt gibt's, also in Alabaster gibt's... In der Stadt nicht, aber zur Linken von Vertania gibt's so eine Art Secret, heute nicht mehr Secret, aber einen einzigartigen Encounter mit deinem Rivalen, der sackschwer ist. Also entweder, hier könnte es schon zu Ende gehen, sagen wir es so, ich glaub, er hat drei Pokémon, aber du kannst auch links noch Pokémon fangen. Genau, darum geht's mir. Ja. Da gab's doch welche, genau, hier links. Genau. Jetzt ist eine neue Route. Genau. Und hier in dem Platz könnte ich jetzt was fangen. Genau. Gut, dann mach ich das doch. Und wenn du da hochgehst und ein bisschen nach links, kommt der Encounter. Ja, dann kommt X und, äh, wird mich mördern. Wisch dich auf, ja. Aber der Encounter, der ist halt nur jetzt verfügbar. Du kannst nicht irgendwann zurückkommen und den machen. Das ist ein verdammt guter Encounter. Okay. Route 22. Nee. Ah. Silberblick. Ähm, wie ist das mit dem? Soll ich den irgendwie... Bringt das hier was? Nee. Nee. Damit... Du brauchst halt Statuswenden überhaupt. Also, wenn du jetzt Paralyse hättest, wär's gut. Aber es hat geklappt. Nice. Nice. Potential Nidoking. Ja. Ein Eintrag gefunden. Nidoran, männlich. Die Ohren dieses Pokémon sind sehr sensibel. Droht Gefahr, so attackiert es mit seinem Diphthorn. Möchtest du Nidoran männlich ein Spitznam geben? Jawohl. So, wie nennen wir ihn denn? Karl-Heinz. Äh, no. Norman Osborn. Bernd. Norbert, das Nidoran. Norbert, der Nidoran. Norbert. So, und den tue ich gleich mal anfangen, weil den muss ich hoch trainieren. Weiterer Tipp. Momentan hast du noch nicht viele Attacken, aber wenn du in den Status von deinem Pokémon gehst, in die Attackenübersicht, wenn du Select drückst, kannst du die sortieren. Ach, die Attacken? Ja. Okay, gut. Das wurde, glaube ich, auch erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Das ist nie irgendwo beworben worden. Da, genau. Du kannst jetzt Select drücken. Ich glaube, ich habe Select nicht belegt. Ah, okay. Ja, muss ich später machen. Oder ich lebe einfach damit, das geht auch. Okay, ähm, wollen wir das als Breaking Point nehmen, denn die Folge hat nicht mehr viel Zeit. Gut, ja, dann machen wir das doch. Wir haben doch schon einiges gemacht. Dann ist das der Anfang vom Ende. Dun-Dun-Dun-Dun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017